4. 4. 5. 5. 7. 8. 8. 11. 10. 11. 11. 15. 15. 15. 18. 16. 17. 18. 15. 22. 25. 22. 22. 29. 230. 29. 23. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit von Charles McColls, für die Fantastice Gold Coast-based Team. Vielen Dank für uns heute. Es ist ein schönes Glückwunsch mit uns heute. Es ist ein schönes Glückwunsch mit uns, wenn ihr euch auf dem Flughafen habt. Wenn ihr euch auf den Flughafen habt, willkommen zu Hause. Und wenn ihr euch auf den Gold Coast für ein Holiday habt, ist es ein schönes Glückwunsch. Und natürlich auch ein schönes Glückwunsch zu all den Jettstar-Royalty-Passengeren auf dem Flughafen heute. Das ist JJ, Will.i.am, Diana und Heather. Enjoy the rest of your holidays. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Bye. Bye. Das war's für heute.